Herr Saller, grüße Sie. Ich grüße Sie. Die Firma Langmatz, für was steht ihr? Wir stehen für innovative, kundenspezifische Produkte, produziert und entwickelt im schönen Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern. Die Firma Langmatz, der größte industrielle Arbeitgeber in Garmisch-Partenkirchen, in der großen Tourismusregion. Wir haben 330 Mitarbeiter, bilden auch sehr viel aus, also unser eigenes Fachpersonal wird selber ausgebildet. Wir haben 13 Ausbildungsberufe, also von daher sind wir auch ein sehr wichtiger Faktor in unserer Region. Unsere Produkte sind grundsätzlich erstmal in Anführungszeichen hohle Gehäuse. Was sie besonders machen, sind die kundenspezifischen, kundenorientierten Ausbauten, die wir mit den Kunden zusammen entwickeln und produzieren. Unsere Zielgruppen sind Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Deutsche Telekom zum Beispiel, aus den Bereichen Verkehrstechnik. Da zählen die ganzen Städte dazu, mit ihren ganzen Infrastrukturvorhaben, aber auch der Bereich Energie mit den ganzen Energieversorgern, Flächenversorgern als auch Stadtwerke.